Wir fragen nach einem Schutz vor Manipulationen durch Tivoisierung. Was hat es damit auf sich? Tivo ist der Hersteller einer Set-Top-Box, der eine Linux-basierte Software für TV-Set-Top-Boxen hergestellt hat, die aber so programmiert war, dass sie nur auf der Tivo-eigenen Hardware zum Laufen kam. Sobald sie festgestellt hat, dass sie irgendwo anders installiert worden war, hat sie nicht mehr weiter funktioniert. Und damals bei der GPL 2 hatte man darüber diskutiert, ob das von dem Geiste der Open-Source-Lizenz gedeckt ist und dann, ob es vom Wortlaut gedeckt ist, beziehungsweise ob ein Verstoß dabei vorliegt. Man hat dann in der GPL 3 ausdrücklich aufgenommen, dass eine Bindung an Hardware oder der Schutz vor Manipulation ausdrücklich verboten ist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir wissen, ob ihre Software eine solche Pivoisierung, also einen Schutz vor Manipulationen oder Kopieren auf eine andere Hardware enthält. Denn wenn sie gleichzeitig GPL 3 Software-Komponenten haben, könnten sie ein Problem haben. Sie wären nämlich verpflichtet, die Entschlüsselungs- bzw. Signaturschlüssel mitzuliefern, damit der User in der Lage ist, die Software woanders aufzuspielen, zu verändern und neu zu signieren. Bei der LGPL 2.1 steht keine ausdrückliche Tivoisierungsklausel in den Bedingungen, aber das Gleiche ergibt sich aus der Ausnahme. Wenn man also in Anspruch nehmen will, dass man eigene Software mit einer LGPL 2.1 Library verbinden will, muss man dafür sorgen, dass der User in der Lage ist, die Software nach einem Austausch auch wieder zum Laufen zu bringen. Und das führt letztendlich zu einem Tivoisierungsverbot. Man muss dem User also eine Möglichkeit verschaffen, das kann auch auf Anfrage sein, eine veränderte, eine upgedatete Version der LGPL Library auf sein Gerät zu bringen.